So, da sind wir abermals und ich muss hier erstmal wieder ein paar Drachen entfernen, die sich hier schon die ganze Zeit an diesem total schicken Robot-Steco-Sauer auszuschaffen machen. Der sieht einfach nur geil aus, den will ich unbedingt haben. Die sieht man so selten. Was fliegt denn da? Alpha Feuerwüvern. In ganz weiß. Ne, ist klar. Ganz toll. Aber doch nicht jetzt hier. Alter, ist euch dein Ernst? Es tut mir sehr leid, aber ich musste. Ich musste ihn erledigen. Nein, nein. Nein, 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 nein Na toll. Mein Gewehr ist im allerwertesten. Das ist doch nicht zu fassen. Oh man, ich muss mal eben zurück mein Gewehr referieren. Wir sind gleich wieder auf Sendung. Sekunde. So. Da bin ich wieder... Da bin ich wieder zurück. Wo ist der jetzt? Wieder repariert? Habe ich ihn nicht getroffen sonst. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ach so ist das. Hätte mich schon gewundert. Warum zieht der dem Lennox ab? So, die Frage ist nur, was futtert so ein Robot? Ich, äh, schätze mal hier so ein Dämonic Celestial. Vielleicht das. Oder das. Oder das. Alter. Scheiße. Ich verbrenne. Wo denn? Verpiss dich. Wo ist mein Vogel? Jens 2, der verliert Sauerstoff. Das, äh, finde ich nicht so gut. Er wird gezähmt. Oh shit. Oh shit. Ja, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, das schau ich nicht mehr. Ich glaube, das schau ich nicht mehr. Lass mich durch. Bitte. Hä? Oh. Ah. Er verliert gerade rapide an Gesundheit. Egal. Scheiße im Dreck. Na gut. Ich hätte gerade überlegt, ihm noch die Gesundheitsdinger da rein zu packen, aber, äh, ja, ne. Ah. Na ja, wir haben ihn gesehen. Den kriege ich auch nochmal. Okay. Wir gucken mal dann zum nächsten. So, da bin ich wieder. Und ich glaube, ich habe die Prime Viewer wieder gefunden. Oder es ist eine andere. Ist mir auch egal. Ich hätte sie gerne... Nein, runtergeholt. Am besten... Äh... Nein, mit der... Nein, mit der... Oui, ui, 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 ui. Oh. Ui, 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 ui. immer direkt hinter mir Ok Jawoll Alles klar So geht das Betroffen Er mich aber auch So Hilfe Ich gehe mal flüchten Nein Nein Lass mich in Ruhe Jawoll Ein paar Mal Ordentlich in den Kopf geballert Komm schon Zurück Ach Mann Boah Der zieht mir aber ordentlich ab Ey was Mein Vogel ist schon halb tot Das gibt es doch nicht Wie viel hat der denn jetzt Die hälfte Die hälfte Oh Gott Meine gute Muni ist gleich alle Ich muss mir neue machen Ähm Der war doch getroffen Der war doch getroffen Oder nicht Ich könnte schwimmen Und der war getroffen Das Der Hilfe Wo ist er Was ist das denn Ist der tot Liegt der da Oh Mann Oh Mann Ey Junge 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 Ähm Was lege ich denn da rein Power Wüvern Ernsthaft Die kann nicht Evolven Alles klar Ähm Der kriegt hier Super Meat Nein das ist kein Nein Was habe ich denn da bekommen Toxic Potent Den Scheiß Kannst du behalten Okay Wie sieht die denn aus Ähm Hallo Wieso steht da jetzt Sattel Das ging doch ohne Oder nicht Ähm Die konnten wir doch so reiten Hatten wir rausgefunden Ne konnten wir nicht Ach komm das war Konnten wir nicht Was bist du denn Hat sich aber einer verlaufen So 300.000 Naja 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 Bevor ich den jetzt Ich weiß nicht ob ich den sofort Evolven kann Nein Nein Ach ich kann ja nicht drauf Oh Guck mal her Guck mal her Guck mal her Guck mal her Bitte einmal setzen Äh Der gute Herr Prime Würden Sie sich einmal setzen Das kann ja jetzt nicht wahr sein Wie krieg ich den Äh Wie krieg ich den jetzt dazu dass der sich setzt Guck mal ich mach dir das mal vor So setzt man sich So setzt man sich So setzt man sich Alles klar Hat er verstanden ja Hat er hat er Okay Okay Also Scheiße Also folgendes Mist Wo hab ich jetzt Oh man Ich Experte hab den Teleporter vergessen Na gut Na gut Dann machen wir das jetzt hier Ich möchte nämlich Jetzt wissen was passiert Wieso kann ich den Ach ich muss den Evolven indem ich Toll Ich dachte ich könnte es mit dem Trunk hier Ich dachte ich könnte es mit dem Trunk hier Das gibt es doch nicht Hier mit vielleicht Nein das hab ich dem jetzt gegeben Das ist ja nicht zu fassen Das ist ja nicht zu fassen Experience hier Hab ich gefunden So Achso Achso Brauchen wir nicht Sauerstoff Brauchen wir auch nicht Egal So Noch ein Das ist ja nicht zu fassen Alles klar Alles klar Regeneriert essen Ähhhhh Ich hab jetzt hier aber nirgends zu Du bleibst mal kurz hier Ich hole mal kurz den Teleporter Gleich wieder da Sooo Lannsame zurück Und wir haben ihn hier rüber gebeamt und ähh Jetzt muss ich mal schauen Ich brauche nen Sattel Ich brauche nen Sattel Sattel Hata Wüüüüüüüú Well兩 M Was warum gibts den denn hier nicht ? Wüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüū wrest clin Alpha, Wyvern, Amor habe ich schon. Alles klar. Okay. Chaos und Spirit, gibt es auch noch. Guck mal. Ich will mal Apex-Viecher haben. Ich weiß auch nicht warum, aber der Name kriegt sogar Apex. Wenn die nicht so in Dufte sind. Wo ist der... habe ich nicht gerade. Okay. Dankeschön. Einmal Schnick-Schnack. Achso, und jetzt hier mal. Nenoblatt. Habe ich nicht so viel, oder? Obwohl ich müsste mittlerweile so viele haben. Uiuiuiui. Kann ich jetzt sagen, hier, ich hätte gern das. Das gibt es hier nicht, oder? Gibt es das hier drin? Ne. Ne. Okay, die nur Herzen, die nur DNA, die habe ich locker. Die Token weiß ich nicht. Da habe ich auch welche von. Obwohl ich da 25 von habe. Äh. Alles klar. Okay, das checke ich mal eben aus. So, jetzt habe ich alles zusammengekratzt. Und jetzt habe ich gesehen, ich hätte das gar nicht sammeln brauchen. Ich hätte nämlich... Ich glaube, äh, ich bin jetzt am überlegen. Die Sachen habe ich nämlich noch. Und da könnte ich eigentlich mal so eine Eternal Ice-Würn machen. Aber. Frost. Diese, das Eternal Ice-Tier, das wollte ich eigentlich mal haben. Aber ich sehe, hier gibt es eine Unknown Poison. Und diese Poison, die sind nicht schlecht. Ne, dann könnte man nämlich damit auch, äh, die Tiere betäuben. Da bräuchte nicht jemand Munition. Ich nehme das. Und wir schauen uns das Ganze an. So. Ich bin gespannt. Sie müssen sich ja gleich verwandeln. Dann dauert das. Ich bin gespannt. Ähm. Wie geil. Was kommt denn jetzt? Ach. 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 Ja. 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 Wo ist sie denn? Passiert immer was? Hallo? Ähm. Was zum Geier. 4 Millionen. Was? Was? 4 Millionen. Und die sieht, und die sieht jetzt so aus, oder wie? Was das denn für ein Kappes? Warum? Das sieht total beschissen aus, Mann. Die mag ja toll sein, aber warum muss die so aussehen? Oh, Mensch. Wieso denn? Pass auf. Äh. Da, 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 da. So. Wo ist sie jetzt hin? Klar. Komm schon. Wieder einmal draufsetzen. Draufsetzen. Okay. Danke. Ich bin... Ähm. Weiß ich nicht. Bisschen enttäuscht. Von dem Aussehen. Ich weiß nicht, was ich mit so einer Wüvern soll. Ich guck mal, was die so macht. Oh. Die hat einen grünen Laser. Haha. Okay. Ich geh mal hier ein paar Wüvern jagen. Hallo. Ja, nee. Ist klar, ne? Was ist das denn da unten? Da. Aber da. 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 Vielen Dank.